Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wie sollte der Aufbau eines zyklischen Trainingsplans aussehen, wenn man sich über einen langen Zeitraum mit einem Ziel verbessern möchte. Dabei ist es relativ egal, ob es um Bodybuilding geht, ob es um High Rocks geht, ob es um Crossfit geht. Wir können dieses Prinzip auf alle Ziele anwenden und ich werde dir heute erzählen, wie du deinen Trainingsplan zusammenstellen kannst. Ein zyklisches Training ist nicht nur beim Crossfit- oder High Rocks-Training sehr empfehlenswert, sondern gibt es genauso auch beim Bodybuilding, beim Laufen und auch in vielen anderen Sportarten, weil es macht natürlich Sinn, sich sein Jahr in verschiedene Blöcke aufzuteilen und das Training dann wirklich Schritt für Schritt da in wieder kleinere Blöcke zu unterteilen und nicht einfach vor sich hin zu trainieren. Weder beim Fußball kickt man immer nur, auch da gibt es einen Trainingsplan und genauso auch beim Bodybuilding im besten Fall, dass man nicht immer ins Gym geht, immer das gleiche Gewicht auf die Bank packt und die gleiche Anzahl an Wiederholungen macht und dann erwartet, dass man automatisch immer stärker wird. Die Ergebnisse sind viel, viel besser, wenn man das Ganze besser plant. Ich habe hier immer in größeren Mesozyklen geplant und dann in kleinere Microcycle unterteilt. So hat es bei mir super gut funktioniert und ich konnte mich von Woche zu Woche steigern. Man fängt dann natürlich auch nicht bei 100% Belastung an, sondern ich hatte immer ein Cycle von 5 Wochen, habe relativ moderat angefangen und dann von Woche zu Woche das Volumen erhöht, das heißt das Trainingsvolumen, die Anzahl der Sätze vor allem, das heißt die Wiederholungen pro Satz sind meistens gleich geblieben. Es kam aber immer mal wieder ein Satz dazu und so steigt einfach von Woche zu Woche der Workload. Und wenn man jede Woche mehr Gewicht bewegt als in der Woche zuvor, passt sich der Körper natürlich an. Man wird stärker und mit mehr Kraft, mehr Workload folgt dann schlussendlich auch mehr Muskelwachstum. Das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert und ich habe so ungefähr die letzten zwei Jahre in meiner Bodybuilding-Zeit trainiert. Und beim Crossfit und beim Hirox ist es natürlich ähnlich. Da funktioniert es auch sehr gut und man sollte, auch wenn man laufen geht, nicht immer, ich habe schon mal gesagt, versuchen die 5 Kilometer einfach super schnell zu rennen, sondern sich einen Trainingsplan machen, wie man da hinkommt. Und gerade jetzt ist beim Hirox ja die Off-Season, das heißt es bietet sich an, ein großes Cycle einzuplanen, indem man sich nicht nur mit den Rennübungen konzentriert, sondern versucht seine Grundlagenausdauer zu verbessern und seine Kraft zu verbessern. Das sind die zwei Hauptfaktoren, die ich aktuell auch selber befolge. Das heißt wirklich viele Grundlagenausdauerläufe, Intervalle gibt es sowohl beim Laufen, aber auch beim Rudern, beim Ski, das heißt man arbeitet in Sets, man hat auch Pause dazwischen, man lernt hier die Pace zu verbessern, das heißt man geht wirklich hart, hat dann aber auch Pause, damit sich der Körper regenerieren kann. Trotzdem gewöhnt man sich an diese Geschwindigkeit und je weiter man da fortschreitet und je näher dann das nächste Rennen auch kommt, umso länger werden die Intervalle mit der hohen Belastung, umso kürzer wird die Pause und wenn es dann zum Rennen hingeht, setzt man das Ganze natürlich zusammen, das heißt irgendwann fallen die Pausen weg, man kombiniert die Übungen miteinander, man hat wieder mehr High Rocks spezifische Workouts und dann gibt es schnelle Läufe, Rudern, den Schlitten, Burpees, alles was ihr vom High Rocks Training kennt. Ich habe es neulich aber ja schon in meinem Video über die Verletzungen gesagt, warum sich gerade so viele Leute verletzen, weil sie halt direkt in diesen letzten superintensiven Teil rein springen, weil sie das als High Rocks Training kennen, aber vergessen die Basics zu machen und gerade wenn man zyklisch trainiert, kann man super gut in einer Off-Season jetzt wirklich sagen, ich konzentriere mich auf die Grundlagenausdauer, ich konzentriere mich auch auf die Kraft, dass die Power in den Beinen erstmal da ist und ich versuche schneller zu werden, aber eben nicht, indem man alles zusammensetzt, sondern indem man dann zum Beispiel auf den Track geht und ein paar schnelle Runden auf der Rennbahn läuft oder man macht schnelle Intervalle auf dem Rudergerät, auf dem Skiergometer, auf einem Assaultbike zum Beispiel, um den Körper einfach an diese Belastung hinzuführen, aber ihm auch genug Pause zu geben. Im Crossfit-Training sieht es natürlich sehr, sehr ähnlich aus, dort gibt es ja noch viel mehr Skills, die man beherrschen muss und man kann nicht zeitgleich irgendwie schneller in den Burpees werden, stärker im Deadlift, die Technik verbessern im Snatchen, ein Handstand-Walk lernen und Muscle-Ups lernen. Man muss sich auch hier auf spezielle Felder jeweils konzentrieren und deswegen wird da sehr, sehr viel auch in Training-Cycles trainiert. Das heißt, es gibt entweder eine Building-Phase, in der man sich dann wirklich auf das Krafttraining konzentriert, man macht Gewichtheben, aber eben schwere Kniebeugen, schwere Deadlifts zum Beispiel, um einfach bei den Kraftwerten erstmal hochzukommen und das kann man dann mit ins Gewichtheben nehmen. Dann gibt es Phasen, in denen macht man viel Conditioning, das heißt eben auch, wie ich schon gesagt habe, für Cyrox-Training, die Intervalle werden hochgefahren, man macht vielleicht mehr Gymnastics und übt dann in verschiedenen Progressionen die Handstand-Push-Ups, zuerst mit der Kipping-Bewegung, vielleicht mit einer App-Med für den Kopf, dass der Weg nicht ganz so groß ist und dann kann man hin zu strikten Handstand-Push-Ups und vielleicht dann auch irgendwann freistehende Handstand-Push-Ups oder die Handstand-Pirouette, den Handstand-Walk. Es gibt da so, so viel, aber man muss sich eben auf einzelne Punkte konzentrieren und kann nicht von Anfang an alles versuchen, in einem Trainingsplan zu vereinen, weil dann würde man acht Stunden am Tag trainieren und sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr verbessern. Deswegen ist es eben wichtig, egal was das Ziel ist zu schauen, wo will man hin, was muss man dafür alles erreichen und das dann in verschiedene Blöcke einteilen, genauso wie man beim Bodybuilding ja auch die Muskelaufbau-Phase macht und dann eine Diätphase, gibt es auch hier beim Hirox-Training dann die verschiedenen Phasen, wo man sagt, man konzentriert sich erstmal auf die Grundlagenausdauer. Man möchte grundsätzlich sich erstmal bewegen können und versuchen bei einer Belastung den Puls so niedrig wie möglich zu halten, um einfach belastbarer zu werden und hinten raus dann auch mit einer höheren Geschwindigkeit besser performen können. Punkt Nummer zwei, gerade schon gesagt, die Geschwindigkeit. Das heißt, man versucht wirklich die Pace zu lernen, schnellere Intervalle zu laufen, vielleicht erstmal auf 200, 400 Meter, dann kann man hochgehen, 500 Meter, 600, 800 bis 1000 Meter, vielleicht auch 1500 Meter, dass man mehr als diesen einen Kilometer beim Hirox schnell laufen kann, aber eben mit Pausen dazwischen und dann lässt sich das immer weiter zusammenführen. Dann kann man vielleicht mal einen schnellen 2K, 3K, 5K Lauf machen, bis es dann vielleicht auch mal einen schnellen 8 oder 10 Kilometer Lauf gibt. Aber erstmal ist wirklich das Ziel, auf der einen Seite die Grundlagenausdauer, auf der anderen Seite schnelle Läufe, um die Pace aufzubauen. Punkt Nummer drei für Hirox natürlich super wichtig, die Kraft. Gerade in den Beinen, aber auch der Oberkörper ist nicht zu vernachlässigen. Das heißt, man kann hier super den Sled Push machen, den Sled Pull, aber eben auch Übungen, die einen dabei unterstützen, die man braucht. Das heißt, schwere Kniebeugen, vielleicht auch Front Squats für die Körperhaltung in den Wallballs. Bei vielen Hirox Sportlein ist die Körperhaltung grundsätzlich ja immer ein bisschen problematisch. Deswegen versuchen Front Squats und Thruster zum Beispiel mit einzubauen. Schweres Kreuzheben, Romanian Deadlifts für die hintere Kette, das hilft extrem beim Sled Pull, beim Sled Drag. Man kann mit den Farmers Carry arbeiten und auch da einfach nur beim Farmers Carry Volumen aufbauen. Genauso wie bei den Lunges, nicht nur mit dem 20 oder 30 Kilo Sandbag trainieren, beziehungsweise 10 Kilo für Frauen, sondern auch mit Kurzhanteln, mit Kettlebells und dann vielleicht wirklich 10, 20, 30, 40 Kilo pro Hand auf weniger Wiederholungen, um da erstmal die Kraft aufzubauen und dann überträgt sich das hinterher und dann geht man auch da wieder ins Hirox. Spezifische Training, wo dann auch Punkt 4 nämlich eine wichtige Rolle spielt, und zwar die Skills, die Bewegungsabläufe. Das heißt, effizient in Wallballs zu sein, gerade in den Burpees ein Volumen aufzubauen, gut atmen zu können, aber auch die Skills erstmal so zu beherrschen, dass man sich effizient bewegt. Das heißt, schauen, wie geht man runter, macht man einen Step Down, macht man den Step Up, wie weit springt man, wie hoch kommt man mit der Hüfte. All das sind Feinheiten, die einem aber sehr, sehr helfen können, wenn man das Ganze optimiert. Und dann natürlich auch die Technikfrage, wie zieht man den Schlitten, wie schiebt man den Schlitten, welchen Grip nimmt man sogar beim Farmer's Carry. Es gibt überall viele Kleinheiten. Das ist aber was, was eher Richtung Rennen hin dann interessant wird. Und gerade jetzt, wenn man in so einer Off-Season ist, kann man sich super auf die Pace, auf die Grundlagenausdauer und auf die Kraft konzentrieren. Ich würde das Ganze so bis 6 bis 8 Wochen vor dem Rennen primär als Off-Season betrachten. Und dann geht es wirklich daran, das Ganze zusammenzusetzen, Hirox spezifisch mehr zu trainieren, nochmal den Feinschliff an den Skills zu machen, um da natürlich auch das Maximum rausholen zu können. Aber erstmal muss die Basis stimmen. Und wenn du dein Training auch so aufbaust, bin ich sicher, dass du deutlich bessere Ergebnisse erzielen kannst. Wie gesagt, egal ob im Bodybuilding, Hirox, Crossfit-Training, Laufen, was auch immer. Deswegen, versuch deinen Trainingsplan wirklich smart zu planen. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, schau gerne bei meinem Coaching vorbei. Ich habe alles verlinkt. Ich mache ein individuelles Hirox-Coaching. Das heißt, wir sprechen erstmal am Anfang. Du kannst einen kostenlosen Call vereinbaren. Und dann schauen wir, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was sind deine Ziele auch, wo möchtest du hin? Hast du schon einen Hirox gemacht oder ist es dein erster Hirox? Dann können wir auch da schauen, was ist wichtig, was gibt es zu beachten? Wann ist dein Rennen und wie können wir den Trainingsplan bis dahin gemeinsam aufbauen und dann von Woche zu Woche anpassen, sodass du dieses Maximum aus deiner Leistung natürlich auch rausholen kannst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Und sonst sehen wir uns hier nächste Woche zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.